Tja, weiter geht's wohl nicht. Willkommen! Willkommen im schwulen Paradies! Sie sind in eine der schwulsten unserer verbleibenden Städte gekommen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Hauptsitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Citadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Moment, wo bringt er mich hin? Ich? Zurufen. Willkommen in City 17. In Sicherheit. Darüber geht es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was Sie bei uns wollen. Hm, Sie werden schon ein Viertel. Aber in der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Citadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Darum möchte ich Ihnen, ob Sie nun bleiben oder weiterreisen, zurufen. Willkommen in City 17. In Sicherheit. Aber das ist doch alles, was ich habe. Gut, ich bin unterwegs. Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und, und, und die, 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 die... Willkommen! Willkommen im schwulen Paradies!